willkommen willkommen zu einer runde blog party ja ich bin heute noch eine blog party auf dem half im c.com server in diesem tollen türchen nummer 20 ich habe nicht nachgeguckt nein weiß ich aus dem kopf so wie funktioniert das ganze ihr seht jetzt ja wir müssen tanzen und muss jetzt orange das stimmt es ist alle rauf und alle blöcke weg die nicht orange sind das ist das prinzip schön weihnachtliche auf jeden fall ich mag die stimmung schwarz ja ich muss dann mal eben zu schwarz noch ist keiner untergefallen groß wird schon traurig auf jeden fall weiter weiter krass ich bin jetzt verwirrt also jetzt bin ich wieder verwirrt so das war natürlich nicht so schön das war jetzt verwirrend für mich ein bisschen sehr lalala lalala es hat mich verwirrt 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 lalalala konnte man nicht früher früher irgendwo nachsehen welche farbe so dass man so ich hatte sie doch dann immer im inventar ne ich hatte sie dann immer im inventar ja muss ich mal gleich darauf achten da orange ich habe sie tatsächlich dann im inventar wie gut dass ich da jetzt erst wieder darauf achte ich intelligenter boll stop waiting das ist nicht pink das ist bin gerettet nein das ist nicht leim das ist leim ok ich teste das so gerne ist glaube ich ein bisschen leichter wenn da hinten irgendwas in der ecke da ja ich werde jetzt wieder gestorben wahrscheinlich so aus dummheit so da ist orange 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 einer ist untergefallen aber aber typ noch mehr ich bin ja richtig gut dabei crazy schüssel weit ja das war's für mich ich hab's nicht gefunden ach ist doch kacke immer wenn ich weit bin dann ist irgendwas passiert irgendwas trauriges in meinem leben immer wenn ich weit bin passiert etwas trauriges wie jetzt gerade im prinzip hat blitz gerade mein leben keinen sinn mehr verloren da oben ist so schön wie die blöcke sich bewegen mit stone leitung und so richtig lustig okay ich muss aufhören ich frage mich wer das so schön gestaltet hat das sollte einen preis bekommen ein orden heute sind wir auch alle auf gelb leute ja außer der hacker da hat geleckt leute das war kein weiß hier trottel ok ach da gefunden zyren oder ja ich stehe da direkt drauf und nicht mir so bewusst ey gerade bin ich so richtig brainless ne white 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 oh das war knapp alter das war knapp diesmal habe ich es geschafft zu weiß poppel ich sehe das aber zu spät ich habe immer so richtig glück gerade bleib da 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 acht dancers leben doch und sowas hast du da ist ja genug popel für alle gewesen popel popel black wo ist schwarz nur oh ich sehe es nicht hallo na wollen wir lieber machen nein ok white was war das was ist ja explodiert jetzt wollte mich töten ich bin der beste ich lebe über doch dann sind wir zu kritisch pink das war eigentlich mehr glück als verstanden leute wie schnell das jetzt mittlerweile runter geht dun 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 oh gott oh gott noch stehe ich noch stehe ich noch geht es mir gut krass einfach inseln so boom nein leck warum bin ich warum 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 bin ich nicht rübergegangen warum bin ich auf krass wie weit ich gekommen bin und dann verkacke ey ich bin schon ein bisschen scheiße in dem spiel ne hehehe auch leute hey du da willst du ficken du da meine ich nicht du du die minecraft mädchen skins sehen besser aus als echte menschen oh hm ah ja ah aber was nein quatsch macht euch nur spaß und die haben keine tippen das macht mich traurig wir haben keine brüste keine brüste okay wo ist das fuck wo kann das sein fuck fuck ahhh gefunden glück gehabt so was kommt jetzt das kommt jetzt welche farbe welche farbe yellow ist das gelb ist das gelb ist das gelb ist das gelb ich steh schon drauf hab ich gesagt dass das richtig ist ja ja hab ich gesagt alter bin ich gerade scheiße ne was sagst du dazu meine liebe ja und du du bist das schöne weißt du schöne haare und du auch überall mädchen okay das sind eigentlich alles typen mit mädchen skins aber kann man ja verzeihen ne du auch ja aber sogar mit ner blube eben hä ihr seid alle hässlich nur ich bin hübsch hä so ok was mach ich hier ich muss zu braun jetzt stelle mich in die Mitte alter braun 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 ist der entzial koppel hallo du da küss mich da die hasst mich blick ganz am rand jolo gelb orange grün light blue das ist das hier ich wechsle gerne mal die blaufarben ein bisschen aber nur leicht minimal wo ist das das passiert mir am häufigsten man rennt einfach rum und findet einfach nicht die Farbe ich bin so schlecht in dem spiel bin ganz schlecht da drunter nein die bin bin hin der kösz mich sind alle süß sind alle so süß leute außer du und du und du Mann, die da hinten machen wir wieder Sex. Ich werde mitmachen, okay. Was machen wir jetzt? Es ist übrigens schon voll spielt bei mir, ne? Wie viel Uhr spiele ich gerade? 4 Uhr 2 morgens. Nichts besseres zu tun, als Blockparty zu spielen. YOLO. Lalalalalala. So, was kommt jetzt? Popel. Popel. Das müsste das sein. Das müsste auf jeden Fall, auf jeden Fall, das hier. Eine müsste das hier. Auf jeden Fall, okay. Pink. Ups. Ich lebe immer noch, das ist schön. Ich bin in die Mitte. Denn ich bin cooler als er. Win. Müsste das sein. Ja. Ich lag richtig. Ein Wunder ist geschehen. Wir sind echt gut, Leute. Wir sind die besten Dancers weltweit. EU, ne? EU quasi. Ach, am Rand. Ich finde das natürlich wieder nicht, ne? Voll geil. Cute Angel, ne? Ah. Ähm. Wir sehen uns dann in einer anderen Folge wieder. Des Kalenderschens. Oh, Blockparty ist nicht meins. Ich bin dafür zu schlecht. Cute Angel, ne? Einfach zu schlecht. Grüß mich. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Vielen Dank.